Hallo meine lieben Kriegsgötter und herzlich willkommen hier bei mir beim Asgard und ich bin hier mit Chopee und Crank, die stellen sich mal vor. Hallo, Hallo. Hi. Und wir sind jetzt mit unserem kleinen Baby, das wir ja durch Alpha und Beta bekommen haben, nehmt ihn bitte mal auf die Schulter. E drücken, super. Haben wir jetzt soweit geschafft, dass er nämlich jetzt endlich jugendlicher ist. Das bedeutet nämlich, dass oben, ich werde es gleich zeigen, hier dieses Symbol erscheint und das ist der Fressnapf. Der Fressnapf garantiert, dass er von hier draußen, das haben wir jetzt voll mit Fleisch gepackt, ihr seht ja 7, 19, 19, also sehr wenig, wir haben sehr wenig Fleisch. Wie viel Fleisch. So müssen wir uns eigentlich relativ keine Sorgen mehr machen, dass dieses Baby jetzt stirbt. Weil, als ja auch sehr viel Fleisch im Futternapf drin ist. Wir werden es dann nochmal in einer Stunde oder so kontrollieren, aber im Grunde genommen, ihr müsstet es eigentlich nur bis zu, äh... Ähm... Bis zu Jugendlicher bringen, dann könnt ihr es eigentlich relativ unbeaufsichtigt lassen. Ja, das war's. Aber es dauert ein bisschen. Ja, es dauert ein bisschen. Also es sitzen jetzt schon wirklich eine ganze Stunde dran, eher eineinhalb Stunden. Damit es jetzt endlich Jugendlicher geworden ist, man muss da wirklich dranbleiben an dem Ball. Oh ja. Also wenn ihr jetzt so ein Quetzel habt oder so weiter, ich denke der hat die gleiche Inkubationszeit, nicht Inkubationszeit, sondern die gleiche Zeit. Das heißt, kurz gesagt, ihr müsst ja wirklich damit rechnen, dass ihr wirklich lange, lange dran sitzt. Ach und wir haben die Mauer erhöht, wie ihr hier sehen könnt. Wir müssen nur noch diesen Topf da irgendwie dann... ...besser setzen. Aber das ist jetzt erstmal was anderes. Und in diesem Sinne sag ich einfach mal kommentieren, dominieren und abonnieren, nicht vergessen. Ähm... Wenn ihr mehr solche kleinen Sachen sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ähm... Und ich würde sagen... Ja, haut rein. Euer Asgard. Bis die Tage. Bis die Tage. Und schaut auch mal bei meinen Angevies und bei den zwei hier, die ich verlinkt habe, vorbei. Haut rein.